Ein Walkitalki ist ein tragbares, drahtloses Kommunikationsgerät, das dazu dient, in Echtzeit über kurze Entfernungen miteinander zu sprechen. Diese Geräte sind von großer Bedeutung, da sie in verschiedenen Situationen wie Notfällen, Sicherheitsanwendungen, Outdoor-Aktivitäten, Baustellen und vielen anderen Bereichen eine zuverlässige und schnelle Kommunikation ermöglichen. Walkitalkis sind einfach zu bedienen und erfordern keine spezielle Infrastruktur wie Mobilfunkmasten, wodurch sie besonders nützlich in abgelegenen oder temporären Einsatzgebieten sind. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Walkitalki. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, NX-Gate Walkitalki Set of Dritter. Die integrierte LED-Taschenlampe macht unser Walkitalki zur besten Wahl für Outdoor-Spiele. Sie kann sogar als Notlicht verwendet werden. Dieses Walkitalki ist ein nützliches Camping- und Überlebenszubehör sowie ein Spielzeug für nächtliche Entdeckungstouren für Kinder. Perfekt für den Einsatz in extremen Wetterbedingungen, beim Solowandern, Campen, Jagen und so weiter. Das Set mit zwei Walkitalkis ist sehr einfach zu bedienen und geeignet für Mädchen und Jungen ab drei Jahren. Einfach den gleichen Kanal und Subcode einstellen und dann die PTT-Taste drücken, um zu sprechen. Die Bedienung ist kinderleicht. Dieses Funkgerät verfügt über viele fortschrittliche Funktionen wie den NOA-Wetteralarm, ein großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Spracheinstellungen, und so weiter. Die Walkitalkis sind mit wiederaufladbaren 1200 mAh Lithium-Ionen-Akkus und einem USB-Typ-C-Ladekabel ausgestattet, mit dem sie nach einer vollständigen Aufladung einen Tag lang genutzt werden können und bis zu drei Tage im Standby-Modus halten. Im Vergleich zu AA-Batterien sind wiederaufladbare Lionen-Akkus sicherer, kostengünstiger und langlebiger und können jederzeit und überall aufgeladen werden. Hier ist der Punkt Nummer 4, Oikoko Walkitalki. Oikoko, das verbesserte Walkitalki, wurde von unserem professionellen Team entwickelt und mit Ergonomie im Sinn entworfen. Es hat eine leichtere Mini-Größe, wiegt nur 81 Gramm und wurde speziell für die Handfläche von Kindern im Alter von 3 bis 10 Jahren entworfen, was es für Kinder bequemer macht, es zu benutzen und zu tragen. Es ist nicht notwendig, Kanäle einzustellen. Die Walkitalkis verfügen nur über einen Ein-Ausschalter und einen Sprechtaste. Schalten Sie einfach den Schalter ein und drücken Sie die Drucktaste, um zu kommunizieren, ohne sich Gedanken über Frequenzstörungen zu machen. Wenn Ihre Kinder auf Entdeckungstour gehen, ist klare Kommunikation mit Ihrer Gruppe unerlässlich. Diese Walkitalkis haben eine Reichweite von ca. 1000 Fuß und bieten klaren Ton, um eine reibungslose Verbindung sicherzustellen. Reduzieren Sie Ihre Sorgen Die Walkitalkis für Kinder eignen sich perfekt für den Innen- und Außenbereich. Ob zu Hause, im Garten oder beim Wandern, unsere Walkitalkis bieten Kindern eine perfekte Möglichkeit, mit Familie und Freunden in Verbindung zu bleiben. Der Punkt Nummer 3, Unicum Walkitalkis Die 16 Wokitoki Hauptkanäle gewährleisten eine drahtlose Kommunikation von bis zu 5 Kilometer. Sie können 99 verschiedene niederfrequente Töne nutzen, wodurch die Signale eine hohe Störfestigkeit aufweisen. Die leichte Gehäusegestaltung der Walkitalkis ist ergonomisch konzipiert, um bequem in Ihren Händen zu liegen. Ein integriertes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt den Batteriestatus, die Kanalnummer, Untertöne, Lautstärke und Signalstatus an. Des Weiteren verfügen Sie über eine Taschenlampe für den nächtlichen Betrieb oder Notfälle. Die Kanalsperrfunktion erlaubt es, denselben Kanal und Unterton einzustellen, um dann die PTT-Taste zum Sprechen zu drücken. Die Bedienung ist einfach per Knopfdruck. Unsere Walkitalkis verfügen über eine Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays und eine eingebaute Taschenlampe für nächtliche Einsätze oder dunkle Umgebungen. Sie können mehrere Walkitalkisets gleichzeitig auf demselben Kanal verwenden, sodass Ihre Familie zu Hause oder im Freien miteinander kommunizieren kann. Das Funkgerät ermöglicht eine freihändige Kommunikation, sodass Sie sich fortbewegen können, ohne anhalten zu müssen, um einen Anruf entgegenzunehmen. Nummer 2 in unserer Liste, Retevis RT24 Sie können die VOX-Funktion aktivieren, indem Sie das Radio einstellen. Wenn Sie beschäftigt sind, können Sie Ihre Hände befreien und sprechen, ohne die PTT-Taste zu drücken. Das Gehäuse ist robust, wasserdicht und bietet ein handliches Radio. Es zeigt eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegenüber Sonne, Kälte und hohen Temperaturen. Sie sind sicher in verschiedenen Umgebungen einsatzfähig. Das Walkitalki wird mit einer USB-Ladestation geliefert. Sie können das Radio über einen Computer, ein Netzteil oder eine Powerbank aufladen. Dies ist äußerst praktisch, wenn Sie unterwegs sind. Die USB-Ladestation kann auch eine einzelne Batterie aufladen. Die Nummer 1 in unserer Liste, Kearui Walkitalkis Die Kinder Walkitalkis verfügen über eine coole Ruf-Alarm-Funktion, eine klare und gleichmäßige Klangqualität mit einstellbarer Lautstärke. Ausgestattet mit einer Hochleistungsrausch-Unterdrückungsfunktion zur Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion. Das kleine, leichte Gehäuse ermöglicht es Kindern, es leicht zu bedienen, wiegt nur 90 G pro Walkitalki und ist leicht zu tragen. Dank des ergonomischen Designs liegen sie bequem in den Händen der Kinder. Ein unkomplizierter Drücken zum Sprechen-Knopf macht dieses Spielzeug für Mädchen im Alter von 3 bis 12 Jahren einfach zu bedienen. Die Situation kann zur Echtzeitüberwachung von Kindern verwendet werden, als Alarmsystem, wenn Ihr Kind sich verläuft, intelligentes Alarmsystem, und so weiter bleiben Sie in Kontakt mit Ihren Freunden und Ihrer Familie, besonders bei Outdoor-Aktivitäten. Dies ist das beste Outdoor-Spielzeug für kleine Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Walkitalki unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.